Als sich am 1. Juni zum Abschluss der Blockupy-Woche gegen 12.30 Uhr der Demonstrationszug am Basler Platz in Bewegung setzte, stand bereits fest, dass über 10.000 Menschen nur wenige hundert Meter weiter rechtswidrig und gewaltsam gestoppt werden sollten. Denn zwischen Unter-Main-Kai, Mainzer Straße und Jüdischen Museum wurden ab 10 Uhr, also bereits zwei Stunden vor Demo-Beginn, durch mindestens drei Polizeigruppen die angrenzenden Häuser inspiziert und nach Dachpositionen gesucht. Ab 11.30 Uhr waren bereits tausende Polizisten mit hunderten Einsatzfahrzeugen, mit Räumpanzern, Wasserwerfern und sogar Dixi-Toiletten genau dort konzentriert. In der Einschätzung, was passierte, als der Demonstrationszug die Stelle dann kurz vor eins erreichte, waren sich Teilnehmer, Beobachter und Medien zu 100 Prozent einig. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb am nächsten Tag im Kessel, die Polizei greift hart ein, ohne echten Grund. Von Gewalttätigkeiten war die Demonstration bis zu diesem Zeitpunkt weit entfernt. Aber in den folgenden zehn Stunden wurde unter massiver Gewalt gegen den Teil vor der Einkesselung, gegen den Teil hinter der Einkesselung und natürlich gegen den eingekesselten Teil selbst, massiv und über Stunden vorgegangen. Mit Schlagstöcken, mit literweise Pfefferspray, mit Schlägen und mit Tritten und 300 Verletzten. Innerhalb von Stunden verbreiten sich die Bilder der Polizeigewalt über die Medien und das Internet. Der Westdeutsche Rundfunk schreibt, am Samstag gelichen die Bilder aus Frankfurt denen aus Istanbul. Die Frankfurter Rundschau, Polizisten über Polizisten. Die kamen, haben zugeschlagen und sind wieder heimgefahren. Und selbst die Bild-Zeitung spricht von einem geplanten Vorgehen der Polizei mit bis zu 20 verletzten Journalisten. Dutzende Stellungnahmen erscheinen, die den Polizeieinsatz als gezielt rechts- und verfassungswidrig bezeichnen, darunter auch Rechtsprofessoren wie Clemens Arzt am 7.06. in der Frankfurter Rundschau. Für mich erscheint es, als sei hier etwas anderes die Absicht gewesen, die Auflösung der gesamten Versammlung das unmöglich machen, hier zu demonstrieren. Er sieht einen Verstoß gegen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Von Katastrophenschutz über Journalistenverband bis zur OSZE ist die Empörung groß. Doch aus Sicht der CDU äußert man sich so. Völlig abwegiger Vorwurf, die Polizei eskaliert nicht bewusst. Das Sicherheitskonzept der verantwortlichen Behörden zur Gefahrenabwehr bei den sogenannten Blockupy-Demonstrationen ist voll aufgegangen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Polizei. Als Innenminister Boris Rhein und die Polizeieinsatzleitung Beweise für ihre Behauptungen, 500 Vermummte hätten die Polizei mit angespitzten Stangen angegriffen. Der Presse vorlegen wollen, akzeptiert die Presse diese Beweise nicht. Der hr online schreibt, die Pressekonferenz sollte für sie ein Befreiungsschlag werden und wurde zum Fegefeuer. Es kam zu tumultartigen Zwischenrufen von Journalisten wie eine Schande für Frankfurt. Doch auch in zwei denkwürdigen Sitzungen des Innenausschusses erklärte Boris Rhein bis heute die Dinge so. Es liegen keine Hinweise auf einen unrechtmäßigen Einsatz von Zwangsmitteln vor. Es hätte also jeder zu jedem Zeitpunkt diese Demonstrationsroute begehen können. Diese Demonstration wurde zu keinem Zeitpunkt aufgelöst. Einen Antrag auf Sichtung vielen anderen Bilder und Quellen zur Polizeigewalt wurde von CDU und FDP rundweg abgelehnt. Und CDU-Mann Dr. Michael Brenner kommt in einem eilig angefertigten Rechtsgutachten zu dem Schluss, die Polizei hat erkennbar alles in ihrer Macht Stehende getan, um eine Eskalation zu vermeiden. Ihr Verhalten war in überaus hohem Maße von dem Grundsatz der Deeskalation und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bestimmt. Die einzig in diesen Polizeigutachten verwendete Quelle ist der Einsatzbericht der Polizei. Keine andere Quelle wurde berücksichtigt. Am 31.08. ging das Blockupy-Bündnis den nächsten Schritt der Aufklärung und ließ über 20 Zeugen, darunter Anwälte, Journalisten, Parlamentarier und Sanitäter, zu Wort kommen. Wir werden alle Materialien, Videos und Zeugenaussagen des Blockupy-Tribunals dokumentieren, der Staatsanwaltschaft übergeben und fordern, dass daraus endlich politische und juristische Konsequenzen gezogen werden. Auch Rupert von Plotnitz, Mitglied am hessischen Staatsgerichtshof und ehemaliger Justizminister, vertritt Kläger gegen den Polizeieinsatz wegen Nötigung und Verhinderung einer genehmigten Demonstration. Jüristisch wie politisch geht es bei so einer Anzeige, ich gebe zu, wir haben im Vorfeld das auch eruiert, geht es natürlich jetzt möglicherweise nicht um die Verwirklichung der Hoffnung, dass möglichst bald vom Innenminister abwärts hier die Verantwortlichen alle auf der Anklagebank vor dem Land- oder Amtsgericht in Frankfurt am Main sitzen. Das dürfte wahrscheinlich schwierig zu realisieren sein, aber es geht um eine Frage, die es dann doch rechtfertigt, auch bei unsicheren Erfolgsaussichten aus meiner Sicht eine solche Anzeige zu realisieren, nämlich um die Frage, wie sicher ist eigentlich das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit am 1. Juni 2013 in Frankfurt am Main gewesen oder wie unsicher ist es gewesen und was hat, wenn das Demonstrationsrecht in Frankfurt nicht mehr sicher ist, gerade wenn es um Proteste wie die vom 1. Juni geht, was hat das für die Zukunft des Grundrechts der Demonstrationsfreiheit in Frankfurt am Main zu bedeuten. Das ist ein wichtiger Punkt und um den gilt es hier zu streiten, denn es ist ja nicht nur so, dass es irgendwelche politischen Parteien oder einzelner für dienstvolle Initiativen, für die Herr Retz hier zum Beispiel steht, bedürfe, um in der Bundesrepublik zu etablieren, die Bedeutung des Grundrechtes der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit. Also bei allem, was es hierzulande zu kritisieren gibt. Das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel hat 1985 in seiner berühmten Brockdorf-Entscheidung schon klargestellt, dass und warum das Grundrecht der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit für die Integrität eines demokratischen Prozesses in der Bundesrepublik von zentraler und zentralster Bedeutung ist. Und deswegen ist das eigentlich so beunruhigend aus meiner Sicht, was da am 1. Juni geschehen ist, dass sozusagen zeitgleich zu den Vorgehen, der Polizei in Istanbul, als es um den Gezi-Park ging, was hierzulande zu Recht viele Leute empört hat, das zeitgleich zu diesen Vorgängen, mitten in Frankfurter Main, die Polizei eine nicht verbotene Demonstration einfach verhindert und damit vereitert. Die Anzeige, die erstattet worden ist, hat eigentlich zwei Vorwürfe zum Gegenstand. Das eine ist der Vorwurf einer Nötigung, wenn ich demonstrieren will auf einer vorgesehenen Route und das wird mir unmöglich gemacht und ich muss, wie hier geschehen, sechs Stunden warten, bevor ich dann erfolglos abziehe, weil ich nicht dort meiner Abschlusskundgebung teilnehmen kann, wo sie vorgesehen war. Dann ist das eben ein Akt der Nötigung, der, wenn die Polizei kein Recht dazu hat, eine Demonstration zu verhindern, sich eben aus Sicht der betroffenen Bürgerinnen und Bürger als Akt der Nötigung darstellt. Und Nötigung ist nun mal in der Bundesrepublik ein Straftatbestand. Und interessanterweise gibt es eine zweite Regelung, einen zweiten Straftatbestand, auf den wir diese Anzeige auch gestützt haben. Dieser Straftatbestand spielt eigentlich immer dann eine Rolle, wenn zum Beispiel nicht verbotene Demonstrationen von Nazis oder Neonazis unter Druck von Gegendemonstranten geraten. Dann gibt es häufig Staats- oder Amtsanwaltschaften, die Ermittlungen einleiten wegen des Verdachtes der Vereitelung einer nicht verbotenen Demonstration. Aber das, was hier aus Sicht der Anzeigerstatterinnen und Anzeigerstatter zu verzeichnen war, war eben genau die Vereitelung einer nicht verbotenen Demonstration durch die Polizeiorgane, die eigentlich die Verpflichtung haben, das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit zu schützen, statt es in Frage zu stellen. Und wenn man so will, kann man sagen, das gehört zur Exotik dieser Strafanzeige, die hier erstattet worden ist. Eine Besonderheit gibt es in den Fällen, die unser jetzt hier zu beschäftigen haben. Es sind ja, und der Herr Retz hat es geschildert, viele Anzeigen erstattet worden von Personen, die sich in dem Kessel befanden und bei denen es dann möglicherweise um Vorwürfe bis hin zum Vorwurf der Freiheitsberaubung oder Ähnlichem geht. Bei denen, die unser Heinz vertritt, handelt es sich durchweg um Personen, die nicht von dem Kessel selbst in der Kesselbildung betroffen waren, sondern die sich unmittelbar hinter dem Kessel befanden, den die Polizei gebildet hatte. Und für die allerdings hatte eben die Bildung dieses Kessels die bittere Konsequenz, dass sie nicht mehr demonstrieren konnten, so wie sie das an diesem Nachmittag vorhatten und dass sie nach langem, langem Warten, die waren sehr geduldig, das muss man wirklich sagen. Also ich habe eine Woche später demonstriert, nicht am 1. Juni selber, aber ob ich die Geduld gehabt hätte, sechs Stunden zu warten bis 21 Uhr und dann zu konstatieren, hier wird wirklich effektiv unmöglich gemacht mein Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit. Ich weiß nicht, ob ich da die Geduld gehabt hätte. Also umso mehr Respekt vor denjenigen, die so lange gewartet haben und umso mehr Verständnis dafür, wenn sie dann sagen, also das schlägt dem Fass den Boden aus, jetzt erstatten wir auch mal Anzeige gegen diejenigen, die verantwortlich sind. Und mich würde interessieren, nach dem, was Herr Retz gesagt hat, ob die Schilderung, die von ihm hier zu hören war, ob das schon Gegenstand dessen eines schriftlichen Berichtes ist, den die Ermittlungsbehörde schon bekommen hat und den sie auch im Rahmen der Ermittlungen verwerten kann. Weil zentral ist natürlich für alles, was da rechtlich eine Rolle spielt, durften die einen Kessel bilden oder dürfen sie nicht einen Kessel bilden. Nach allem, was unser eins von den Anzeigerstatterinnen und Anzeigerstattern und von den Zeugen, die dann später noch Berichte an uns geschickt haben, mit der Bitte, das weiterzuleiten an die Ermittlungsbehörden, gab es eben keinen zureichenden Rechtsgrund, hier einen Kessel zu bilden. Es gab nirgendwo, es wurde ja hier offensichtlich heute Morgen auch schon im Einzelnen geschildert, es gab nirgendwo irgendwelche Versuche, kollektiv Gewalt anzuwenden mit entsprechenden Risiken für die öffentliche Sicherheit. Es gab nirgendwo so etwas wie Organisiertes für Mummen. Das, was da dann später in der Presse zu lesen war, Sonnenbrillen, was waren Styropor-Dinger für Schilder oder Regenschirme, das ist lachhaft, das war sieben Tage später, am 7. Juni, haben das ja viele aus ironischen Gründen gemacht und haben sich mit dicksten Sonnenbrillen da versehen, dass das natürlich kein Grund ist, eine Demonstration aufzulösen, das ist klar. Und richtig ist ja auch, wenn es denn mal, das habe ich das erste Mal gehört, dass da ein Bengalo irgendwo eine Rolle gespielt haben soll und eine Leuchtkugel, ja auch das hat das Bundesverfassungsgericht 1985 im Einzelnen dargetan. Wenn es zu solchen Störungen in Anführungsstrichen kommt, dann soll man diejenigen, die dafür verantwortlich sind, im Zweifelsfall assistieren, aber dann soll man nicht eine ganze Demonstration mit den entsprechenden Folgen für diejenigen, die sich störungsfrei verhalten, verhindern. Also das sind die Fragen, um die es geht, um die aufzuklären sind und deswegen wäre es natürlich schon wichtig zu wissen, ob das, was Sie geschildert haben, bereits der Ermittlungsbehörde verfügbar ist und von denen ausgewertet werden kann, wenn nicht, falls es gewünscht wird. Ich bin gern bereit, wenn es mir zur Verfügung gestellt wird, die entsprechenden Vernehmungsanträge zu stellen. Vielen Dank, Herr Frau Dröcklitz. Vielen Dank.